willkommen zurück bei daisy wir sind am airfield immer noch und gehen jetzt erstmal in richtung wübor und für diejenigen unter euch die sich schon ein bisschen informiert haben es gibt eine neue military base unterhalb von wübor an diesem kleinen hügel der inmitten dieser großen felder ist da werde ich jetzt mal hinlaufen und später werden wir uns dann wieder mit dem lukas bei green mountain bzw cd lugosk treffen und ich würde mal sagen lukas dann gehen wir danach nochmal zum military base runter oder ja ich werde auch nicht so lange machen was früher ins bett dann gehen wir mal rein ins abenteuer in die military base da steht schon zombie kommt ganz drauf an ich glaube so zwischen 10 und 30 minuten je nachdem wenn ich jetzt zum beispiel war thunder spiel oder so ist es sogar so dass die teilweise nur neun minuten sind weil ich halt immer nur eine ein match ein arcade match praktisch als aufnahme nehmen alter die military base ist ja der hammer hier stehen glaube ich drei oder vier baracken und alle noch zu ich schieße jetzt das erste mal ein zombie mit einer pistole ich suche noch wieso verreckt der zombie nicht alter brauchen die viel schuss ja habe ich probiert ging gar nicht ich habe eine schöne hose gefunden die ziehe ich jetzt gleich mal an oh ja ich habe eine hand das ist gut getarnt gefunden die ist gut getarnt ich würde fast dann in einer ortschaft hier schon ja ich will essen wieder sammeln ach so ja 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 wir können auch in deiner richtung weiter aber nö egal das passt schon ich komme ja dann eh runter lol ist die ungenau die ist richtig ungenau auf zehn meter in den headshot versemmelt so ich bin hier jetzt durch ich würde jetzt richtung selenogoss laufen ja das ist ja das gleiche fast fast ja schießt mir mal den nächsten zombie bam headshot so wo komme ich jetzt raus oh jetzt hat mich ein zombie geargerot so und weg da hast du da zahzt sie nicht mehr das hast du ne miner oder hast du hey da gibt es schloth heroben was hättest du mit mir ja ich meine was ich gerade vergiftet habe hast du ne miner, ne moderate oder ne zivilfootball du wirst wahrscheinlich nicht wissen wenn du das nicht mehr erklären äh kann ich dir nicht sagen ich habe einfach eine rocken kiwi Was ist denn die Meldungen, die er unten ausspuckt? Ähm, I feel nauseous oder so Nauseous? Ja, nauseous Okay, das ist, das ist bei beiden gleich Oder ist es in Rot oder ist es in Schwarz, äh, in Weiß geschrieben? In Weiß noch Weiß? Dann solltest du nur, dann solltest du nur eine Miners sein Ja, aber es wird auch schlimmer in der Zeit, wenn du noch nicht gesagt hast Nein, eine Miners Stufe bleibt bei Miners Du bist im Haus, ja Die haben alle, die haben alle ähnliche Stufen Na, die hilft gegen Infektionen, die lass ich um Okay, ja, ich lauf jetzt auf jeden Fall mal zu euch Ich glaube, ich bin im falschen Dorf Ach stimmt, ja, natürlich, ich muss ja noch zu euch joinen Oh Gott, ich bin so doof Ich join gleich nach, warte Ich muss nur vor dem Zombie wegrennen So Wie lange man eigentlich braucht, um einen anderen Spieler zu erschlagen? Mit der Feuerwehr-Axt? Ein Ein Hit Mit der Schaufel? Ich glaube, ich schlage jetzt zum 100. Mal auf ihn ein Ist der AFK? Nein, er hat gesagt Can you please kill me? I want to respawn Der kann auch einfach auf Neustart drücken Nein 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 Du musst ein geworfenes Bein haben oder Unconscious sind Achso Warum kann ich ihn jetzt nicht losen? Hinten auf der Rückseite Young Survivors Compass Never get lost again Bis drinnen Ich brauche echt was zu trinken Tobi, ich kann dir nicht nachjoinen Also ich kenne mich inzwischen aus, ich laufe hier immer ohne Map rum Ich bin nämlich Buddhist, ich werde immer wieder Ja, bei meiner ist zum Beispiel amerikanischer Survival-Tourist, der hat in die Zombie-Apokalypse geraten ist Zufälligerweise Achso, ich tue jetzt nämlich Okay, ja Hey, aber das ist Sodium könnte helfen gegen die Vergiftung, weil das wird da verwendet als, äh, Agist Whisky ist einfach, die werden nicht alle Möglichkeiten da durchgespielt haben, ähm Hey, ich komm doch nicht drauf, kriegst du das, die Kleidung sein? Wir sollen es vergistieren, bin ich vergiftet? Nö Ich will hier, ich rede hier gerade mit unserem vergifteten Achso, du hast du gerade vergiftet Alter, ich brauche so dringend was zu trinken und zu essen, ich esse gleich eine Rotten Tomato Geht zum nächsten Brunnen Ich bin in dem Dorf, in dem ich gerade war, das hatte drei Hütten Da gab es keinen Brunnen Da muss es einen Brunnen geben, es gibt in jedem Dorf einen Brunnen Naja, wenn es drei Hütten hat, dann nicht, dann war es überhaupt kein Dorf eigentlich Ja, ja, okay, stimmt So, ich bin jetzt an der Kirche, ich weiß nicht, ob das Pogorewka ist, wo ich bin Ja, schau mal, ich schieße auf dich Ich schieße auf dich und du sagst, wenn wer stirbt und du siehst, you are dead, dann warst du Ich bin in der Kirche jetzt Ja, schau mal Puppe, ich glaube da hinten am Feld rennt wer So ist Haha, ich habe es genommen Lies mal vor, vielleicht geht es aus dem Inventar Read Note Ne geht auch nicht, vielleicht muss ich es in die Hände nehmen, ne geht auch nicht Okay, legst du mir hier mal kurz was hin Was denn Ne, wer hat das Scope Der ist ganz anders, wo ist du? Ah, okay verdammt Bleib mal kurz hier, ich habe Salinberg, das könntest du mir geben Wir rennen gerade nach Pogorewka Ah ja genau, Vatia Maria war hier zu Oh mein Gott, ich kann kein Französisch Und Munition lege ich hier hin, weil ich da gerade die Origin of Species lesen wollte, aber das ist auch Französisch Ich habe ein Märchen für Kinder dabei, wenn du brauchst, ist auf deutsch, warte Ich lese es jetzt vor, Tobi sagt Bibi, wo hier ist Vishnuye, da musst du hin Und dann gehst du von Vishnuye Richtung Norden, dann kommst du nach Stari Und von Stari aus kannst du dann wieder nach Pokorevka Ja, da muss ich nach Bibi, wo? Ja Siehst du jetzt irgendwie mehr, oder? Oh ja, es ist gerade so bunt So bunt war es schon lange nicht mehr Warte, ich gebe dir noch Vitamine Warum brauchst du auch noch so was? Danke Na, ist aber sicher nicht voll Ich habe schon Farben, aber es geht sich nicht nach Weiß jemand, wo der Brunnenmogi ist 2 Bloodbacks sind nur 2.000 Blatt, während ein Z-In-Deck sind 5.000 Kann man im Bloodback auch noch nachgucken, welche Blutgruppe der hat? Oh shit Das weiß ich nicht Scheiße Weil ich habe jetzt hier 2 Bloodbacks, die von Lukas sind Ja Hast du ein Kit dabei? Ja Versuch's halt Dann kannst du mich testen, ich komme gerade Okay Vielleicht geht es auch mit einer Spritze, ich weiß doch nicht Achso, ne, einen IV-Kit habe ich nicht, sorry Nein, einen Blood-Test-Kit Achso, ne, das habe ich nicht Warte, wäre kalt, dass er Warte, wäre kalt, dass er Yay, mir laufen 5 Zombies nach Ähm, hier liegt übrigens Munition, ne Für wen? Ja, keine Ahnung, wer hat die da hingelegt? Ich nehme auch eine Ja, ich habe genug gesehen Zwei Dreißiger und ein Vierziger Achso Hallo Warst du mit der, warst du der mit dem Scope? Ja Willst du reinkommen und mir das Scope geben? Oh Ihr seht alle gleich, oder ihr zwei seht fast gleich aus Grüner Rucksackhelmen Nur, wir haben wenigstens eine andere Waffe Ja Wobei du geile Hosen hast Ich habe geile Hosen Ich habe immer geile Hosen Ich habe auch so eine Hunters pant Ähm, wo ist das Scope? Hey, ähm Wer auch immer gerade Ich habe immer gerade Heinkommen und es Willst du Munition für den M4? Danke Damit kann ich mich schmeißen Wo hast du es hingelegt? Hier, mitten am Boden Okay, ja dann soll es gleich auftauchen Ah, da Ich glaube dir hier Munition für deine M4 Alter, Long Range Wie geil ist das denn? Danke Du wolltest trinken, ne? Trinken wollte der Max Achso Ja, andere Max Oh, ich habe gerade trinken auf den Boden geworfen Ja, ich bin noch irgendwo Ich glaube ich weiß ungefähr wo ich bin Boah, das ist ein richtiger Sniper Alter ist das geil Leichte Mod Erinnerungen kommen zurück Ich brauche es auf der M4 eh nicht Ja, bitte Was will ich? Nicht auf da Amo Box Ich hau da jetzt eine mit der Amo Box Hey Danke Da rüben liegt sie Und da liegt noch Mosin in Munition Da hat drei Backeln liegen Vier Backeln liegen Alter Ich leg mich jetzt irgendwo hin und Sniper einfach 20 Rounds 20 Rounds Kann sein Immer den Wolken entgegen Wer schießt? Ich habe nicht geschossen Ich habe nicht geschossen Ich habe nicht geschossen Ich habe nicht geschossen Ja, bewacht die Tür Leute Alle auf die Tür zielen Wenn wer reinkommt und Oder versteckt man es auf der Seite Alle auf der Seite, ja Zwei vorne Na hier beim Sarg ist geil Was ich bei Bibi Woher da hoch? Nee Einfach einmal durch No Weiß nicht, einfach nach Westen Egal, wenn du Drinnen bist Oder Furscht, einfach nach Westen Entgegengesetzt den Wolken Und bei ganzem Norden Ich höre Schritte draußen Oder? Ja, nicht sofort schießen Wenn der reinkommt Ich werde mit ihm reden Okay Er müsste das aber roleplayen Ja, natürlich Willkommen in der Kirche Ich nehme jetzt die Charcoal-Tabletten erstmal Schleswig, genau in meinem Flussfeld Ja Im grünen Backpack-Tab Ja Null Ich So, Consume, komm Wieso? Jetzt hat Consume So Ich hoffe, das wird besser Jetzt hat irgendjemand draußen was getrunken Ja, ich weiß Ich trinke Ich höre es nicht, also muss recht sein Ja Alter, meine Sicht verschwebt schon total Ja, nein, da ist Inside bei uns Das ist der Pop hier Nein Nein, nein Ja Aber ich habe gerade draußen was gehört Bevor ich getrunken habe Ist klar, dass er uns hier hinten auch hört, oder? Ja, natürlich Ich Das soll uns mal ruhig sein, damit er reinkommt Ja Ich schau jetzt wann Ja Mir könnte ja jemand entgegenlaufen, um mich zu retten Das macht Felix Er stirbt jetzt nämlich Und? Ist da wer? Ja Das macht nichts aus Okay, ganze Ding umsonst Aber wir haben uns geil in die Hosen gemacht Ja Aber hey, was soll uns zu viert passieren? Drei M4s und eine Mosin Nein, das ist einfach diese Das ist ja glaube ich nicht Todesangst Das ist eher das Interaktionsangst Ja, da ist wer Ja Hat wer einen Kochtopf? Nee, aber in Pogurewka oben ist ein Kochtopf irgendwo in dem Haus Weil hier ist ein Ofen Und drüben bei Und in der Scheine liegt eine Gas-Gas-Gas-Gas-Gas-Dekken Nicht erschrecken, ich bin da Ich habe einen Gasofen dabei Achso, wir sind dabei Wir bräuchten nur einen Kochtopf Boah, schon wieder so ein Scheiß-Zombie Hört so geil, dass das Licht ist Oh, ist das geil Hier liegen Serials übrigens Oh, sehr geil Die kannst du gleich nehmen Und kannst eigentlich gleich ganz essen Okay, irgendwie kann ich mit denen nicht interagieren Ja, oder einfach mal ein bisschen Interaktion mit anderen Spielern Ja, ich gehe einfach vor, weil ich habe nichts Ja, du bist Sieht das geil aus Du siehst echt aus wie so ein Ami-Tourist Moonshine, please Back in Texas They have weather stuff Du siehst nicht mehr Schau mal, wie schnell die Wolken da drüber ziehen Ich sehe nur einen Vogel fliegen Und der Ami-Tourist, der von 4 Spetsnaz gefangen wurde In der Im Dorf ist auch noch ein My stomach feels much more full than it's normal Das ist zu viel Dann bist du schon drüber Ich habe gar nichts mehr gegessen Ich habe nichts mehr gemacht Ja, aber der Wagen Seit zwei Minuten habe ich nichts mehr gemacht Und er bringt jetzt Nein, nein, es bleibt jetzt Es bleibt jetzt schon Erstmal Kann sein, dass du anfängst zu kotzen Ja So, also wenn ihr noch eine Bait braucht Ich bin noch ein Aber die meiste Frage ist Ihr habt ihr noch eine Playstation 4? Was ist das? Playstation 4? Kenn ich nicht Keine Ahnung, hä? Die gibt schon Was? Hä? Echt? Ich dachte wir sind immer noch bei der Playstation 2 Heute hat mir eine 1000 Euro geboten, wenn ich ihm meine verkaufe Echt? Hätte ich sofort gemacht Hätte ich sofort auch gemacht Hätte ich sofort gemacht Was? Das hast du nicht gemacht, oder was? Nein Was? Weil das irgendein Türk war, dem ich das eh nicht glaubt Ja und, wenn er das in Bar bringt Wenn er das Geld rausholt Wenn er das Geld rausholt Wenn er das Geld rausholt, dann hätte ich gesagt Fahr mal heim Aber er hat dann gesagt Ja, ha, schauen wir mal Ich habe gesagt Bringen wir das Geld Das ist nicht kommen Jetzt kotze ich My stomach feels completely full Okay My stomach crumbles Aber ich bin ein Ami Ich survive das So, ich habe gekotzt Bist du jetzt gesund wenigstens? Ja Jetzt habe ich Hunger Schieb's mir in den Mund Schieb's mir in den Mund Machen wir es uns ganz hin Warte ich sperr wieder auf Ist das geil Ich würde ihnen jetzt so gerne einfach einen Headshot geben Unlock Headcuffs Ist das geil Was soll ich sagen Ja, bitte Ja, bitte Hier, der mit der Mausi Wer bist du? Wo? Hey, Juder Hey Juder Stopp Stopp, Dude Stopp Stopp Don't run away or we shoot Stopp, man Stopp, man Stopp, man Stopp, man Stopp, man Stopp, man Stopp 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 Sie